Fallschirm springen ab. Mal wieder. Ich prob' mal, ob's der gleiche ist. Wenn's der gleiche ist wie eben, dann kriegt er erst mal ein Ticket. Das sind mehrere Waffen im Ghillie-Soup. Wo? Ist vermutlich im. Die warfen nicht gerade. Die Idioten! Ich meine, trauriger Unfall. Trauriger Unfall. Der Fallschirmspringer ist in den Rotor des Hubschraubers geglitten.